Das Tun und das Nicht-Tun Einst begab sich ein gewisser Brahmane zum Erhabenen. Dort angelangt, wechselte er mit dem Erhabenen freundlichen Gruß, und nach Austausch freundlicher und zuvorkommender Worte setzte er sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend sprach jener Brahmane also zum Erhabenen. Was lehrt wohl der Herr Gotama? Welche Lehre verkündet er? Das Tun lehre ich, Brahmane, und das Nicht-Tun lehre ich. Inwiefern aber lehrt der Herr Gotama das Tun und lehrt er das Nicht-Tun? Das Nicht-Tun lehre ich, Brahmane, denn ich lehre das Nicht-Tun böser Taten in Werken, Worten und Gedanken, sowie der mannigfachen, üblen, schlechten Dinge. Aber auch das Tun lehre ich, Brahmane, denn ich lehre das Tun edler Taten in Werken, Worten und Gedanken, sowie der mannigfachen, guten Dinge. Insofern also, Brahmane, lehre ich das Tun und lehre ich das Nicht-Tun. Die Karte der Herr Gotama Untertitelung des ZDF, 2020